Ist der Umgang von euren Kindern mit den digitalen Medien auch eine von euren grossen Sorgen? Seid ihr auch nicht sicher, ob sie wirklich genug sind für die digitale Welt? Ob sie sich durch ihre eigenen Beiträge nicht selber schaden? Oder ob sie sich wirklich genug schützen können vor Hass, Mobbing, Gewalt oder Pornografie im Netz? Ich möchte als Vater, dass meine Kinder auf ihrem digitalen Weg begleitet sind. Ich möchte sie lernen, die Möglichkeiten der digitalen Welt zu nutzen, ohne unter ihren Gefahren zu leiden. Ich möchte sie dabei aber nicht überwachen. Sie brauchen auch digitale, freie Räume und Privatsphären. Ich möchte aber mit ihnen im Austausch sein können. Ich möchte sie auch in ihrer digitalen Entwicklung begleiten können. Und genau da setzt die Projenturte-App an. Kinder online, aber sicher! Wiedersehen! Vad wird es, was weiß ich sicher. Es gibt es so viele Informationen.